Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Skyrim. Oder gleich beides. Meine liebe Nyada, Nyada, Nyada? War jetzt so ganz schnell dahergeredet. Nyada, meine liebe Nyada, ich glaube wir haben mehr getan, als du in deiner ganzen Laufbahn es jetzt getan hast. Nicht nur Staubmanns Grab, sondern auch das Ausheben der guten Totenbeschwörer oder generell der Magie an der anderen Höhle war eine durchaus schwere Aufgabe. So. Bevor wir uns wirklich aufmachen in Richtung Riften und damit in Richtung der nächsten Aufgabe, machen wir noch eine kleine Nebensächlichkeit. Nämlich wir werden unseren Alchemie-Tisch besuchen. Wir wissen ja inzwischen, dass Trollfett jegliche Alchemie-Tränke verstärkt. Und dementsprechend ist es auch perfekt geeignet, um unsere Heiltränke vielleicht auf eine etwas stärkere Heilung zu bringen. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, und deshalb komm mit. Geht voran. Perfekt. So, das haben wir. Dann brauchen wir einmal hier, äh... Blasenpilze. Weizen. Reulfett. Und elf Weizen. Ich bin gespannt. Also. Blasenpilze. Vollfett. Weizen. Yes. Okay, das klappt dann wohl doch nicht. Gesundheit wiederherstellen. Merkwürdig. Ich könnte spüren, dass es klappt. Ausdauer wiederherstellen. Okay. Ne Nürnwurzel. Oh, wobei die ist gestohlen. Ausdauer senken, Nürnwurzel. Okay. Gesundheit senken. Wow. Entdeckte Effekte. Gesundheit regenerieren bei Vampirstaub. Gesundheit regenerieren bei Wacholderbären. Krankheit heilen bei Vampirstaub. Und Krankheit heilen bei verkohltem Skewerfell. Nicht schlecht. Okay. Ein paar Effekte haben wir bekommen. Keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Wir haben sehr viele verschiedene Zutaten zusammengewürfelt. Knochenmehl. Oh. Ich würde es eigentlich wegräumen. Autsch. Ja, jetzt ganz ehrlich. Könnt ihr euch vorstellen, pulverisierten Knochen zu essen? Nicht so wirklich, oder? Ich auch nicht. Für dir, darf ich mal? Dankeschön. Ja. Du hast dich doch in den Weg gestellt. Mann. Gut. Haben wir es auch geschafft. Äh, Waffen. Die Geisterklinge. Okay, ich glaube, die können wir da nicht reinstecken. Äh, das ist merkwürdig. Okay, es ist eine Geisterklinge. Wird schon Sinn machen, wenn wir sie nicht in eine Halterung stecken können, aber dann könnten wir sie auch nicht in der Hand halten. Okay, ich sehe es ein. Es geht nicht. Es geht nicht. Hm, wie machen wir es am besten? Braucht eigentlich eine Kiste für einzigartige Waffen. Lass es mal so. Okidoki. So. So viel dazu. Haben wir noch irgendwas, was wir wegräumen können? Bekleidung. Die Ebenherzstiefel. So. Bekleidung. Ebenherzstiefel. Der Ehering kann auch weg. Oh, die könnten wir verkaufen. So. Äh, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr. 13 Stunden. Ein erholsames Schläfchen, bevor wir dann ins nächste große Abenteuer aufbrechen. Ach, Lydia. Ach, Lydia. Danke schön. So. Und immer diese Unordnung überall. Immer wieder. Ich mag wirklich Brisenheim. Es ist ein so kleines Haus. Wir werden noch riesige Häuser kennenlernen. In Winterhelm zum Beispiel. Dort werden wir ein riesiges Domizil kaufen können. Aber trotzdem ist Brisenheim mit seinem kleinen Charme unglaublich. Immer wieder das Neue. Vor allen Dingen, es ist eben wirklich das erste Haus, das man sich kauft. Finanziell vor allen Dingen. So. Hallöchen. Hallo. Erstmal möchte ich gerne wissen, ob du einige Eisenbarren für mich hast. Tatsächlich. Ebenherzbarren. Rekalkum. Mhm. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Das ist eine interessante Idee. Rekalkumbarren. Ich habe hier einig die besten Waffen und Rüstungen. Sehr teuer. Das war jetzt echt sehr, sehr teuer. Sehr, 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 sehr teuer. Äh, ja. Bitteschön. Ich habe ja minimal Minus gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Ähm. Einmal nochmal Ork. Und dann schmieden wir jetzt noch die Stiefel. Ja. Ah, die Handschuhe gehen auch noch. Super. Warum machen wir das? Ganz einfach. Für Lydia. Ja, Lydia. Das weiß ich. Äh. Gib mal her. Wow. Wow. Äh, gib mal her. Die Rüstung aussieht. Ach, her damit. Ah, nee. Doch. Nee. War schon richtig. So. Orkischen Bogen der Flammen behältst du. Und den E-Mert-Streit-Holm auch. Und du bekommst jetzt von mir eine wunderschöne. Oh, bei Frauen sieht die ja gut aus. Dann mal los. Oh, bei Frauen sieht die ja viel besser aus. Die sieht richtig gut aus bei Frauen, die Rüstung. Was ist denn los? Und bei uns? Ähm, hey. Kennt ihr meinen Vater? Werft einen Blick darauf. Ja, ich möchte eigentlich nur verkaufen. Ja, Bekleidung. Äh, ja. Die finden wir noch oft genug. Guck, da bin ich mir relativ sicher. Weg damit. Weg. 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 Orkischer Bogen. Der Vulkangasbogen ist besser, oder? 18. 12. Weg damit. Okay. Jo, dann geh du mal. So. Warum können wir die nicht verkaufen? Gestohlen. War ja ernst. Gestohlen. Die ist 1300 Werten, die können wir nicht verkaufen, weil sie gestohlen ist. Ja, nee, ist klar. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Boah, Lydia. Diese Rüstung. Bei Frauen. Ich bin richtig begeistert. Wirklich. Ist gar nicht mehr aus wie Lydia irgendwie. Wie. Gottes Willen. Okay. Na gut. Auf, zurück zur Drachenfeste. Skyrim als Frau spielen. Das machen wir als nächstes. Und dann spielen wir eine Jägerin, oder? Nur mit Bogen. Nee, ich würde eigentlich echt Skyrim mal gerne als Magier durchspielen. Klingt für mich extrem schwierig und ist auch so, ja, schwer vorstellbar eigentlich, da ich einer bin, der immer schnell den Nahkampf wechselt oder eben auf den Bogen und Nahkampf setzt. Aber so mit Magie kann ich mir kaum vorstellen. Und umso spannender wäre es natürlich. Und was mich sehr, sehr beeindruckt, das will ich auch mal kurz ansprechen, wie leicht es mir gefallen ist, wieder zurück nach Skyrim zu kehren. Ich meine, ich habe Skyrim jetzt schon zweimal wirklich mit sehr, sehr, sehr vielen Videos aufgenommen. Aber es ist gar kein Problem für mich, alles nochmal zu spielen. Das Spiel packt mich einfach. Unglaublich. Die göttlichen sind euch heute, mein Freund. Das weiß ich. Entzaubern, wusste ich's doch. Perfekt. Verzauberung verbessert auf 55. Besucht ihr die Drachten? In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser Verflucht. Werft einen Blick darauf. Ja, ja, das mache ich gerne. So. Quats, Magierrobe. Silbergranat, Silbergranat, Granatring. Ah, jetzt hätte ich die verzaubern können. Egal. Rolle des Feuersturms. Verkaufen wir auch mal. Brauchen wir auch nicht. So. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. So. Okidoki, haben wir's auch geschafft. Ach man. Gibt es hier noch neue Aufgaben? Aufgaben, Aufgaben. Moment. Momo-Momo-Moment. Hier. Öle bei den flüsternden Hügeln. Töte den Anführer von Lager flüsternde Hügel. Ja, wir sollen die Kammerjäger-Aufgabe für die Gefährten erledigen. Aber, erst mal die Aufgabe für den Jarl, oder? Warum nicht? Ihr merkt schon. Wir lassen uns Zeit. Wir machen alles. Stück für Stück machen wir alles. Das ist, der Weg wird uns jetzt schon sehr weit in das Gebirge, in das nördliche Gebirge, Richtung Windhelm führen, aber auch das ist kein Problem. Das sollten wir schaffen. So, dann wähle ich mal ganz einfach die Mischwassermühle. Hier waren wir auch schon mal kurz. Von hier aus werden wir... Oh Gott, wissen wir, als wir hier waren. Da hatten wir noch einen gewissen Begleiter bei uns, der sehr, sehr gerne sterben wollte. Boah, war das schlimm. War das schlimm. Hallo, fremde Frau, die ein bisschen aussieht wie Lydia. So, okay. Also, wir müssen in diese Richtung. Und da ist eine Höhle, und da ist eine Hütte, und da ist ein seltsames Symbol mit Bäumen auf einem Hügel. Was ist das denn? Was ist das denn? Verschwinde! Ksch! Ksch! Er hat uns nicht gesehen. Und wir sehen den auch nicht. Er ist weg hier. Der sah aber wunderschön aus. Bläulich. Ich hab gesagt, du sahst wunderschön aus. Verschwinde bitte auch. So. Wow. Das ist doch ein Zweigling, oder? Wusste ich's doch. Zweiglings- Was ist denn los? Warum kommt von allen Gegnern die starke Stufe? Zweiglings- Matrone. Kann doch nicht wahr sein. Ähm, Magie. Schreie. Feueratmen. Aktivieren. Ja. Atem. Atme Luft ein. Atme Feuer aus. Der Turum erschafft ein Feuermeer. Na, zeig mal. Boah, in der Tat. Rot-Holz brennt gut. Ja. 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 Diese Zweiglinge. Zweiglingsmatrone. Jetzt kommen von allen Gegner schon die stärkeren Stufen. Merkt ihr das? Nein, nein, Zweiglinge sind zu schwach für uns. Hauen wir noch einen drauf. Was ist denn hier los? Okay. Oh, seht mal. Ach, wie schön. Oh, ist das schön. Das hat was. Und dann der schwächte Hintergrund, war ja klar. Maras Auge. Tümpel. Wow, Schlammkrabbe. Maras Auge. Hülle. Auch hier verbirgt sich natürlich ein Geheimnis. Oh. Oh, eine Schmugglerhöhle. Junger Vampir? Was? Wow. Ja, genau, junger Vampir. Vielleicht. Ja, okay. War jetzt wirklich nicht gerade die stärksten Vampire. Saphir, Gold, gold, goldener Halskette, goldener Ring, Amethyst, Gold, Geldbeutel. Schmugglertagebuch, wusste ich's doch. Dieser Krieg ist nicht so gut fürs Geschäft, wie ich dachte. Klar ist die Bezahlung gut, aber... Die Transporte sind mit all den zusätzlichen Soldaten auf den Straßen schwieriger und es ist nicht leicht, Aufträge zu finden. Oder... Ja. Für die sich das Risiko lohnt. So wie unser aktueller Auftrag. Da heuert unser Kerl an, ein paar Kisten zu transportieren, ohne groß Fragen zu stellen. Also bringen wir die Waren hierher und ich werfe einen Blick in die Kisten, um zu wissen, worauf ich mich da eingelassen habe. Und was finde ich? Leichen. Dieser Dreckskerl lässt mich Leichen transportieren. Tja. Ich hab ihnen die Juwelen und ihr Gold abgenommen, also ist er der... Gelackmeierte. Der Gelackmeiert. Ja, scheinbar waren es aber keine Leichen, mein Lieber, sondern Vampire, die du hier transportieren solltest. Und die waren nicht so tot, wie du gedacht hast. Da liegt ein Geldbeutel, guck mal. Oh, hier ist der Schmuggler. Der schmuggelt nichts mehr. Wow, wer wurde denn hier geköpft? Schande, ne. Hat die die Leichen auseinandergenommen, oder was? Unsterbliches Blut. Klingt super. Starkes Gift der Magiker und ein Elfenstreitkolben der Schneestürme. Wow. Klingt super. Freistelltisch und, äh... Ein Bügeleisen. Das ist es. Dafür sind wir hier. Hey, eine Kiste. Gold, Gift, Zauberbuch für Blitz, Silberhalskette. Eben eher Zweihänder. Nicht das unsere, da wir keine Zweihänder nutzen, aber... Immerhin. Echter von Ständer. Da, was machst du denn hier? Das Buch der Dredra. Kleine Heilung, Krankheitsheilung. Probe der Veränderung. Amulett von Ständer. Ich hoffe mal, dass nicht der Schmuggler, sondern die Vampire, ihn gefangen genommen haben. Und sogar noch eine Kiste. Haben wir hier. Gold, Ausdauertrank. Spring, 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 spring. Nicht runterfallen. Komm. Perfekt. Da oben ist nichts mehr. Okay. Na gut. Eine kleine Höhle mit Vampiren und einem Schmuggler. Interessant. Ich sag dir, es gibt in jeder Ecke irgendwas. Wow. Das nenne ich mal einen Schneesturm. Es gibt in jeder Ecke irgendetwas zu entdecken. Denkt bloß nicht. Oh, so. Willkommen zurück. Wir laufen jetzt mal von A nach B und machen unterwegs gar nichts. Also wer das macht, der sieht nicht mal die Hälfte von Skyrim. Das Spiel lebt davon, dass man unterwegs einfach mal rechts abbiegt. Und sich irgendeine Ruine ansieht oder... in irgendeiner anderen Aufgabe versinkt. Ihr seht ja selber, wie viele Orte irgendwelche Aufgaben bereithalten, mit denen man gar nicht rechnet. Oder in welchen Zwergenruinen man einfach mal Kilometer tief fallen kann. Das ist... Wahnsinn. Der Galgenfelsen. Da hab ich auch irgendwelche Erinnerungen. Also Galgenfelsen kommt mir als Name bekannt vor. Oder der Galgenturm. Okay. Da ist irgendjemand. Silberne Hand. Yes. Die ist gut geflogen. Woher kommt ihr denn her? Moment. Ach, hier sind wir. Oh, Leute. Der Galgenfelsen ist eigentlich später für die Gefährtenaufgaben wichtig. Ja, ich kenne das Spielnissen zu gut. Kann schon sein. Verkohltes Gieberfeld, Zaubertrank. Äh, der Galgenfelsen. Ja, wollen wir uns gar nicht ansehen. Hier kommen wir später nochmal hin. Und irgendwo im Gebirge ist auch noch eine Zwergenruine. Wir können einmal in den Turm hinauf gehen, aber ins Gebäude selber, oder eher gesagt in die Ruine selber gehen wir nicht. Eine Adeptenkiste. Also, manchmal sind Adeptenschlösser total schwierig und manchmal total einfach. Versteh, wer will. Gold und zwei. Boah, der kräftigen Heilung. Wir finden schon die stärksten Heiltränke des Spiels. Das verunsichert mich ein bisschen. Böse silberne Hand. Schwierigkeit steht doch auf Meister, oder? Ja. Okay. Gut, komm Lydia, hier haben wir noch nichts zu suchen. Der Galgenfelsen. Ich glaube, es geht los. Wir bewegen uns eindeutig außerhalb unserer aktuellen Verpflichtungen. Und Lydia packt erstmal die Fackel aus. Aber echt ein Schneesturm hier. Kann man hier freiwillig ein Meditenlager aufschlagen? Hallo? Hülle bei den flüsternden Hügeln. Wow. Wo kommst du denn her? Warum fliegen die Leichen alle so weg? Läuft der weg? Ne, da kommen noch. Ich wollte schon fast sagen. Ich will euch wesentlich leichter ausraten. Komm. Schwache Vorstellung. Silberring. Echt eine starke Brise. Na gut, komm Lydia. Der Jarl fordert, äh, ja. Die Köpfe dieser Banditen. Wollen wir sie ihm bringen. Hülle bei den flüsternden Hügeln. Oh, wie der Jarl fordert, äh, ja. Oh, wie der es immer sagt. Gifte Ausdauer. Und auch die Höhlen, wie ihr sehen könnt, sind von der Kälte an der Oberfläche betroffen. Also, irgendwie... Also, irgendwie... Ich kann den Fall nicht aufheben Irgendwie sind die Gegner gerade ein bisschen zu schwach Wow, seht mal Schöne Aussicht Und vor allen Dingen zwei Wege Gehen wir erstmal hier lang Oh, Lydia Autsch, Autsch, Autsch Kommt schon, oh, oh Lydia, perfekt Das, oder er gesagt Der Turm mit dem Feuer, also Feueratem, gefällt mir deutlich besser Als Frostatem Ist auch deutlich effektiver So Oh man Wir sind jetzt so daran gewöhnt, gegen irgendwelche Silberne Handsoldaten oder sonst was zu kämpfen Dass die Banditen richtig schwach sind, oder? So Ein bisschen Kronendumerz mal wieder Kronendumerz ist glaube ich Äh, äh, äh Gar nicht speziell gedacht, oder? Kann man nur mit Kronendumerz eine Rüstung herstellen? Nein, ich weiß es gar nicht Dietrich, Gold, Pfeile Ich seh den Weg nicht So Okay, sind hier irgendwie richtig auf jeden Fall Unten ist ein Zielmarker Ich kann's euch ja kurz sagen Ich hab keine Brille auf Ich seh grad nur Also die sind hier auf jeden Fall richtig In dem Festungsabschnitt Und Gegner sind hier auch nicht Boah Äh, Wundertrag der Veränderung Alchemistisch brauchen wir nicht Boah, Lydia Die Rüstung steht hier so verdammt gut Ist richtig komisch Gar nicht aus wie Lydia Ist total merkwürdig Oh Leute, ich seh wieder Wow Oh, Lydia Okay Hallo Lydia So, wir sind auf jeden Fall richtig Was war das? Was war das? Was ist denn mit den ganzen Leuten los? Die fliegen alle so weg Ey, du hast gar kein Schwert in der Hand Nein, ich fang nicht an zu heulen Ähm, unser guter Banditentführer Trägt übrigens die Nordrüstung Das ist eine Rüstung, die erst durch Dragonborn dazukam Ja, ich frag mich sowieso, wie er uns ohne Schwert schlagen kann Der ganze Kampfhahn Wir sind blöd Ja, gut Er hat das Schwert in Anführungszeichen in der Hand gehalten Ich versteh schon Aber es sah nur blöd aus Vielleicht Vielleicht Aber hat der kein Schwert mehr an? Das sieht so doof aus. Liebe Manditenanführer, deine Amtszeit endet jetzt. Berichte an Necke? Das war doch der... Der Vogt, oder nicht? Müll hier!